Es rennt ein Füchsli durch den Wald, es ist noch hell und gar nicht kalt, es will den Haar abholen, der dort hinten wohnt. Es drückt aufs Klingelknöpfli drauf, doch nur der Elifant macht auf und sagt, was willst denn du und unsere Füchsli sein? Sag, ist der Haar daheim? Wir wollen doch fort, wir zwei. Der Elifant sagt, es ist vorbei, der Haie bleibt heute daheim. Der Fuchs sagt, hei, 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 das ist noch eine Sauerei. Jetzt bleibt der Haie daheim, sagst du einen schönen Grüß? Der Elifant sagt, darfst nicht rein, heute gibt es halt einmal keinen Kleinen und so haben sie keinen genommen, keinen in den Norden. Der Elifant sagt auch mal hei, darum macht er sich jetzt schnell auf die Beine und sagt, in drei, vier Wochen bin ich wieder da. Sag, ist der Haie daheim? Wir wollen doch fort, wir zwei. Der Elifant sagt, es ist vorbei, der Haie bleibt heute daheim. Der Fuchs sagt, hei, 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 das ist noch eine Sauerei. Jetzt bleibt der Haie daheim, sagst du einen schönen Grüß? Am nächsten Morgen sitzt der Haie, am 9.00 Uhr ist ganz allein und sagt, es ist so ein Mist, wird es hoffentlich nicht mehr geben. Was mache ich jetzt die ganze Zeit? Ohne Kumpels ist es nicht, er hört die Flasche zu, er will jetzt keinen nehmen. Jetzt ist der Haie daheim und sitzt da ganz allein Doch ohne Fuchs und Elifant ist alles ein allein Jetzt ist der Haie daheim und denkt sich hei, 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 hei Das geht ja bald vorbei, ihr werdet sehen Das geht ja bald vorbei, ihr werdet sehen Herr Staffel, du kennst jemand kundelst Untertitelung des ZDF, 2020